Das wird so ein Spaß ich sag's euch. Während meine zwei Mitbewohner ihr Leben am anderen Ende der Welt chillen, bin ich hier einsam und alleine. Mama hat sich mit unserer Nachbarin in Verbindung gesetzt und sich nach mir und Kushi erkundigt. Sie hat Mama direkt gepetzt, dass ich überhaupt nicht mehr zu Hause bin. Ich komme nur noch meine Schmeckis abgreifen und dann verziehe ich mich wieder. Was soll ich denn auch hier machen ohne meine Menschen? Kushi ist ganz brav zu Hause oder schlendert gemütlich in unserem Garten herum. Letztens hat mich die Nachbarin auf Mamas Anordnung einfach für einen kompletten Tag zu Hause eingesperrt. Mama meinte, dass ich nicht weiß wann Schluss ist und ich würde das mal gebrauchen können. Das war dann halt das erste und letzte Mal, dass sie mich eingesperrt hat. Seitdem komme ich nur noch nachts, wenn alle schlafen. Verschaukeln lasse ich mich hier garantiert nicht. Ich bin so froh, wenn sie am Mittwoch endlich wieder nach Hause kommen. Hier noch ein paar Eindrücke aus Mexiko. Adios.